Das Wichtigste ist, dass du möglichst schnell herausfindest, was du eigentlich willst, was du kannst, was deinen Neigungen und Fähigkeiten entspricht. Und dafür machst du Praktika, dafür gehst du auf Seiten wie Azubot und guckst dir bitte die ganze Vielfalt der Berufe an und nicht immer nur die fünf, die sowieso jeder kennt. Und wenn du dann weißt, was du willst, dann findest du auch eine Lehrstelle auf den Seiten der Arbeitsagentur, auf den Seiten der IHKs. Du kannst aber auch einfach bei einem Unternehmen, das diesen Ausbildungsberuf anbietet, mal anrufen und sagen, hallo, bilden Sie aus, wollen Sie mich vielleicht ausbilden? Dann machst du deine Bewerbung fertig und dann klappt das auch mit deinem Ausbildungsplatz.